Moin Leute hier und willkommen zurück wieder bei der Forscherhipps hier bei, keine Ahnung, wieder in Befechte, mit sechs anderen Karoten, die ich nicht kenne. Na, ich kenne mich selber auch nicht. Alle die anderen im Team haben ja auch noch sechs, ne? Radicalarus. Ich mag den Namen jetzt schon. Bismarck19. Ich glaube, so ein Name ist einfach so ein typischer Name, der halt gemacht wurde, als den Bismarck rauskam und er sich das Spiel geholt hat, nur wegen der Bismarck. Ich würde es mir jetzt mal vorstellen. Ähm, wir spielen heute, äh, wie man sieht, in der UESUMO. Was haben wir denn hier? Oh Gott sei Dank, ach, ich hasse Umbote und Zuvies. Ich liebe Rang ist einfach nur geil, weil hier es sowas nicht gibt. Das ist einfach so eine geile, standardmäßige Action mit sechs gegen sechs. Ja, und dann halt ohne Scheiße, wie und Umbote einfach nur Kreuzer, Schlachtschirm und Zerstörer. Oh, das ist echt... Das ist echt schön. Mhm. Warte, halt, stopp! Hab ich mir erst recht... Weißt du, was war das denn gerade, das da aufgeploppt ist? Are you fucking kidding me? Ich weiß nicht, was unser Musashi macht. Ich bin aber echt gerne... Oh. Auf ihn schießen. You are dead! Oh, maybe auch nicht. Ach, warum sind die Schüssel denn so schnell ins Wasser gefallen, ey? Was ist ein Dreck? Was macht der Dude? Hm? Das war ein sehr nutzloser Toadboy. Ah, natürlich krieg ich ihn nicht. Oh, ich hab genau zehn Kalimaten auf den Arsch. Was ist ein Quatsch? Naja, sorry. Sollte aber sterben. Ja? Gleich? Jetzt? Hier, Moment. Feuer? Komm! Und? Und? Ja? Oh. Ah. Okay. Alles klar. Das ist ne... Groningen irgendwie so'n Scheiß. Ist das nicht irgendwie die Nachbache von der... Ich hab den Namen vergessen. Ah, der Neuner da. Keine Ahnung, wie er heißt. Der nur da war. Ich weiß nicht, ob der... Ich weiß nicht, ob die Groningen tatsächlich Tobias hat, aber die... Nach... Die... Die Vorgänger davon hat ja keine. Scheiße, warum fällt mir der verfickte Name jetzt nicht ein? Ah, Praller! Yay! Naja, aber nicht immer. Muss man was sagen, der hat aber auch keinen Shoot-Feuerkraft, der Junge. Genug, damit es mich richtig abfuckt, auf jeden Fall. Bitte? Oh, okay. Okay, was würde denn gewinnen? Groningen oder Kita Kase? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nur... Kita Kase hat mehr... Türme, aber... Boah, doch. Ach ja, ich glaub, Kita Kase würde gewinnen. Okay, ich hab auch schon ein Schiff verloren. Scheiße, hätt ich die Groningen mal früher gesehen und dann hätt ich auch nicht drei Abpraller kassiert. Ich weiß nicht, was die Friedrich da macht. Wenn die Pommern ihn pushken, dann nichts machen. Er kann halt nur seine Tabelle so reinfahren. Ich weiß nicht, was das gar nicht. Ich weiß nicht, was der would. Ich weiß nicht. Mann, ey, Junge. Ich überlege die ganze Zeit, welches scheiß Schiff das nun mal war. Waren die Groningen? Was war nochmal das scheiß andere Schiff? Mann, wie hieß das doch mal? Kann doch nicht wahr sein, dass mir das nicht einfallen will. What the fuck? Imagine. Oh, da ist der radikale Russ. Geiler Name. Wie hieß das Schiff nochmal? Ich hab's nicht gespielt. Ich hab's an sich... Keine Ahnung. Will mich jetzt auch einfach nicht in Ruhe lassen, ne? Ich hab's nicht gespielt. Oh, Junge. Dieser Name, Junge. Was war der Name? Komm her. Hm. Ähm. Ne, ich werd's wohl nie erfahren. Schicke aufbreitseide, Dude. Sieht echt schick aus. Oh. Oh. Ach ne, warte, hab ich mehr keinen. Ups. Was zur Hölle ist sein Plan? Ich mein, er will ja schnell hinter die Insel, ne? Schon wieder. Oh, Mann. Also, sein Help... Ich hätte... Hä? Er hätte sich irgendwie besser verstecken sollen. Ganz ehrlich. Das Gute an diesem Schiff hier ist gegen diese kleine Bitch da vorne in der Smoke. Ich hab keine Aufbauten wirklich. Deswegen ist es schwer für ihn, mir Schaden zu machen. Das meiste, was er nämlich macht, ist einfach nichts. Nur dieses wunderbare Geräusch namens Nichtdurchschlag. Ja, das ist ja satisfying, muss ich sagen. Oh, Mensch, Mensch. Deswegen ist die Friedrich auch so voll im Arsch. Seine Aufbauten so groß ist wie das ganze Schiff. Naja, wisst schon was meinen. Sind halt sehr riesig bei deutschen Schiffen. Ja, ich bereue es gerade geschossen zu haben, wenn ich ehrlich... Ich hätte lieber volle Kanne auf die... ... Alba geballert. Ja, okay, nicht mehr. Ich habe keine Schiffen. Ich habe keine Schiffen. Ich werde einfach... Schiffen. Ja, der Dude hat keinen Unterpinus, wie scheint. Genauso wie sein... Ach, naja, ich vergesse den Namen. Ich, ich, ich versuch's gar nicht erst mal wieder, ne? Genauso wie die andere Bitch, die halt dauerst bämmt. Genau, das wird's nur rein. Schieß doch nochmal, Schnuffel. Hau mich nicht auf AP, äh, HE lade. Pfff. Keine Lust. Klar wäre das Smarteste, was man jetzt machen könnte, aber... Ich seh da an sich keinen Grund drin, denn ich mein, mit AP kann ich mir auch gut Schaden machen. Hier ist Beweisstück A. Hm, ja gut, das ist, äh... Jetzt echt scheiße, aber hey. Ich könnte mir nicht sagen, ich hab's nicht versucht. Oh mein Gott, der hat AP gefunden, der Junge. Meine Güte. Das ist schon aus, dass Smoke ausgenutzt. Weiß ich, lass mich grad richtig farmen. Ich hauftet sich auf einen Dreadnought. Natürlich muss ich aufpassen, dass ich nicht verrecke, ich Idiot, aber hey. Kein Problem. Ich hab' ich echt ganz schön farmen von dir, klein Junge. Okay, ich sterbe gleich. Das sollte alles im Maßen sein, glaub ich. Alles cool. Ja, du weißt jetzt, wuhu! Hab ich auch Feuer fest? was das dürbste was man machen kann macht das nicht nachher dumm in die scheiß gröding reinzufahren immer immer dumm zu ballern es ist einfach das lust was man kann ich hab kein ich hab feuerfest okay warum ich kein drednaut bekommen ist ja quatsch wie wahrscheinlich gekommen ist gar nix ja egal dann haben wir uns ein bisschen farben lassen von der grödingen und ich glaub sein partner ist doch eine gewisse ich guck das jetzt nach ich hab jetzt keine lust mehr ist das irgendwie kann man hier mal waffen kann man gucken hat gibt es das scheißschrift ach ne quatsch gerade forschung dass ich doch eine ahnung habe was nicht fuck die hat sich ersetzt nein wo ist die kleine bitch ich weiß es nicht boah ich google den namen hier gleich nach der folge deswegen wer ist bei der nächsten folge wissen okay bis zum nächsten mal Leute